So viele haben aufgehört, du und ich haben weitergemacht Nur unterscheidet uns, dass du nie was erreichst mit deinem Stuff TJ, woran liegt's? Deine Lines sind doch krass Aber keiner feiert's, nach zweier hören, hat man die Scheiße schon satt Alter, Platzhalter, du bist die sieben gegen Abreißer Mach mal weiter, ein paar Achtseiler, deine Reime sind ganz schön Ich weiß, doch mich besiegen keine Langweiler mit null Persönlichkeit Wenn ich's auftre, gibt's mal wieder keine Gnade, ich geh steil Du eher so stabile Seitenlage, keine Frage Mein erster Eindruck war, du bist so'n halber Typ Der Asiate meinte aber auch, dass ihm sein Teil genügt Laber mich nicht zu, du Jockel, du bist der Zweckreimking Doch du würdest sagen Lütentrötte Ich sage dir, ich lasse von Wette-Rap niemals die Finger weg Durch mich zappelst du im Netz wie Epileptiker im Internet Nice, alles hat seinen Zweck Ein, 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 wirklich guter Text Nein, schreib mal bitte was Gescheites Nicht nur ein paar Vergleiche, geh mal auf mich ein DJ Nice, alles hat seinen Zweck Ein, 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 wirklich guter Text Nein, schreib mal bitte was Gescheites Ob jetzt ist DJ gestorben, wärst du mal lieber DJ geworden, ha? Wie wär's mal wieder mit nem neuen Silvigen Zweck rein? Ich frag mich, wo könnte der heut wieder versteckt sein? Nein, ich rap geil, das weißt du auch Du rappst nice, doch leider kümmert's halt keine Sau Und deine Videos sind alle echt beschissen Du willst jetzt Halbfinale? Dabei hast du dich geschnitten Du bist so der Polo, ich mehr so Ferrari Bist du dich dieser TJ Bobo? Guck mal bei Kiko, der ist ne Party Unsere Paarung gab es noch gar nicht Aber ich pahnte, egal wer kommt ein, dass ich dich mag, wenn er da ist Also TJ Du kannst mich nicht umhauen Denn ich zerlegt meine Gegner nicht ohne Grund Aber ganz sicher bei Grund auf Was willst du gegen mich bieten? Du bist so dumm Du fragst nach dem Kapitel, wenn ich dir sage Ich lese dir die Leviten Egal wie viel du schreibst, du bist nicht cool Ich schon Das ist wie Scharfschützen, es trifft sich gut Nein, alles hat seinen Zweck Ein, 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 wirklich guter Text Nein, schreib mal bitte was Gescheites Nicht nur paar Vergleiche, geh mal auf mich ein TJ Nein, alles hat seinen Zweck Ein, 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 wirklich guter Text Nein, schreib mal bitte was Gescheites Ab jetzt ist TJ gestorben, wärst du mal lieber DJ geworden Hunderttausende Leute fiebern mit, wer es macht TJ, du bist immerhin wieder mal unter den ersten acht Ich frag mich, hat dich das schon immer angeturnt? Jedes Mal irgendwo rauszufliegen, so weit es spannend wird Ich bin momentan in Bestform Das Turnier hat begonnen, doch ich starte jetzt den Endspurt TJ raus, Halbfinale, dann Finale Jetzt sagt mir nur, was ich so tun muss für den Asiaten Ich weiß halt gar nicht, ob die Leute wissen, dass er ein Ossi, Ossi ist Und TJ, warum belächeln die Chinesen die Ossis eigentlich immer? Sie haben ihre Mauer noch Aber warum lächelt der Asiate immer nur so kurz? Ich weiß nicht, wie es ist, 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 wie es ist? Ich weiß nicht, wie es ist, 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 wie Vielen Dank.